Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Folge Minecraft Hunger Games. Diesmal habe ich mir ein bisschen was überlegt und weil die letzten beiden Runden ganz gut gelaufen sind und zwar deswegen, darf ich diesmal nur eine Kiste öffnen. Und danach muss ich schnetzeln. Also, oder Dispenser oder sowas, aber ich darf nur eine Kiste öffnen, aus der Sachen rausnehmen und danach darf ich keine Kiste mehr öffnen. Zack, das soll gut, das war doch schön. Ich brauche mich jetzt gar nicht beeilen, ich muss jetzt eigentlich nur hinter den Leuten her, weil ich brauche mich jetzt gar nicht beeilen, meine Route laufen oder so. Also, das ist scheißegal. Kill the Arf, Carla. Ist ja gut, ich verpiss mich. Ah, er verfolgt mich, er verfolgt mich. Komm, du hast gute Rüstung, die will ich. Danke sehr. Ich brauche aber auch heute Essen und so, das wird recht kritisch. Könnte ich mir vorstellen. Aber einen Kill haben wir schon mal, okay, der hatte nur Hand oder sowas, aber... So, zweiten Kill haben wir, jetzt haben wir ein Steinschwert. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr schön. Essen haben wir jetzt auch. Okay, das war jetzt auch ein bisschen eingemischt, aber egal. Hier vorne sind nochmal zwei. Ob die fighten, weiß ich nicht. Fick dich. Fick dich. Fick dich. Was hat der hinter mir? So, gar nichts hat der hinter mir. Ich habe wieder vier Kills gemacht hier. Läuft. Eisenhose rein. Kettenhelm rein. Goldschuhe rein. Also, wir waren nur an einer Kiste und wir haben schon echt schön aufgeräumt hier bis jetzt. Jetzt sind doch nur noch zwei Gegner da. Also, hätte ich mir jetzt eigentlich schwieriger vorgestellt. Aber, naja. Man sieht hier, mit was für Gegner man hier auch spielt. Die da, die beiden hätten zum Beispiel wesentlich mehr ausrichten können als nur halbes Leben. Aber, naja. Jedem das seine, ne. Jeder, wie er meint. Suchen wir nochmal einen, weil ich habe keine Lust auf zwei im Shoutout. Gucken wir, dass wir noch einen finden. Wäre schon ganz lustig, wenn wir den uns auch noch... Vielleicht sind wir da noch ein bisschen besser equipped. Rüstungstechnisch oder eine bessere Waffe oder so. Das wäre ja schon ganz schön. Oder ein Bogen. Ist der über uns? Wow, fuck. Der ist vor uns. Oh Gott. Warum hat der so einen scheiß dunklen Skin? Weg ein bisschen. Das ist jetzt kritisch gewesen. Weglaufen können wir doch auch. 20 Sekunden noch. Okay. Boah, das war... Mördigen Close, Bitch. Kommen wir nicht zu Neru und so. Ich goldene Affel? Ne. Ich habe mal was anderes. Ne. Boah, da haben wir aber nochmal Schwein gehabt jetzt mit dem einen, ne? Zack. Und... Zack. Boah, die haben wir aber nochmal... nochmal echt Glück gehabt jetzt am Ende hin. Aber mit einer Kiste kann man sich da denke ich mal nicht beschweren, mal eben sechs Kills zu machen und zu gewinnen. Ist auf jeden Fall echt schön. So, könnt ihr gerne mal auch irgendwie, keine Ahnung, ich möchte euch in Zukunft so ein bisschen mehr einbinden. Ich meine, jetzt sind wir mittlerweile 100. Da denke ich mir, da könnte man das dann vielleicht mal versuchen. Ähm, von daher, wenn ihr mal Bock habt, auch sowas zu machen, scheißegal, einfach ausprobieren. Selbst wenn es nicht klappt, ist ja auch egal. Dann könnt ihr das gerne auch als Videoantwort irgendwie dann... Ich weiß nicht, ob das noch geht. Geht das noch? Videoantworten? So da drunter und so. Und dann... Keine Ahnung. Ne? Gucken sich das vielleicht andere Leute an. Guck ich mir das an. Vielleicht finden wir das ganz cool. Vielleicht schreiben wir Kommentare und so. Also... Das war uns auch so, vielleicht so ein bisschen gegenseitig supporten. Und, ähm... Ja, darauf würde ich mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten sag ich mal, bis zur nächsten Runde und tschöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö